so liebe leute willkommen zu diesem kurzen knackigen video hier auf anderen world 2 wir haben es gerade drei uhr neun in der früh und bevor ich jetzt schlafen gehe wollte ich noch mal ganz kurz ein kurzes statement abgeben zu dem ganzen thema podcast über jetz syring und so weiter weil er jetzt seit einiger zeit kein video mehr kam und zwar wird das projekt noch mal komplett anders aufgezogen von mir die ursprüngliche idee war ja dass wir uns zusammen die acht folgen vom podcast anhören ich quasi darauf rejekte die liste führe pro contra meine meinung dazu sage und so weiter und wir danach uns die quellen noch mal zusammen angucken die halt für also pro jens syring sind der podcast ist ja contra und am ende dann großes fazit machen was jetzt eher für oder gegen seine unschuld spricht ja ich hatte jetzt insgesamt vier folgen aufgenommen drei davon kam auch raus auf youtube ich habe jetzt allerdings zwei folgen wieder offline genommen und habe nur die allererste folge online gelassen eventuell werde ich die auch noch offline nehme ich bin noch nicht sicher ich werde das jetzt so machen wir werden jetzt nicht auf jede folge zusammen reakten sondern ich werde mir die restlichen folgen ich glaube sechs folgen sind es doch die ersten zwei hatten wir zusammen uns fertig angehört ich werde mir die anderen sechs folgen offscreen alleine angucken werde mir meine liste weiterführen und dann werde ich ein zwischen fazit erstmal rausbringen ein video wo ich den kompletten podcast zusammenfassen und alle pro und contra sachen aufliste und meine meinung zu diesem podcast erstmal sage dann werde ich mir alle anderen quellen angucken die für jens syring sprechen oder gegen ihn ich werde halt weiter recherchieren was es da noch für quellen gibt es gibt unter anderem auch diese eine dokumentation soweit ich weiß kann auch sein dass es zwei dokus inzwischen gibt da werde ich die liste natürlich dann also eine neue liste aufmachen mit pro contra alles auflisten und dann wird es eine finale episode geben also es wird wie gesagt eine eine folge wird kommen wo wir alles contra zusammenfassen und alles in dem podcast und ich meine meinung zu dem podcast sage eine folge und dann kommt eine finale finale folge also im prinzip das grand final wo wir alles zusammenfassen was pro und contra für den fall ist wo wir gesucht haben ob es denn auch quellen und belege für die ganzen behauptungen gibt also im prinzip ein fazit eine fazit folge wo wir zusammenfassen und ein und uns ein urteil erlauben werden was ja auf basis dieser gesammelten fakten dann basieren wird war jetzt natürlich die frage warum steige ich um angedacht war ja wirklich uns dass wir uns die acht folgen zusammen anhören das werden dann wahrscheinlich roundabout 15 bis 16 folgen geworden auf youtube es gibt jetzt streng genommen gibt es mehrere gründe die jetzt dafür sprechen dass ich das jetzt so umstelle und das eher auf screen alleine mache aber ja unterm strich gibt es eigentlich einen hauptgrund der mich dazu verleitet hat und zwar ist einfach war nicht genug resonanz da die erste folge war schon relativ schleppend was jetzt die statistik angeht aber ab der zweiten folge war es rein wirtschaftlich statistik statistisch betrachtet und so muss ich ja rangehen weil das ist mein beruf ich lebe davon und wenn ich sehe dass so eine folge gerade mal ein viertel der aufrufe generiert wie eine normale reaction hier auf diesem kanal dann muss ich natürlich reagieren und kann jetzt nicht die nächsten drei wochen nur noch reactions über den podcast rausbringen und treibe diesen kanal denn hier wirtschaftlich in den ruinen lange rede kurzer sinn die aufruf zahlen waren sie haben einfach so stetig abgenommen und die das interesse an diesem podcast oder zu der reaction zu diesem podcast dass ich das projekt beenden musste und ja wie gesagt das jetzt so umstelle dass ich das eher alles zusammenfasse irgendwo am ende des tages ist es auch nicht mein qualitätsanspruch hier jetzt videos vom fließband zu bringen wo ich jetzt wirklich 16 folgen nacheinander raus bringe wo ich immer wieder auf den gleichen podcast reagiere und wir uns einfach nur vom pc setzen und was anhören und ich ab und zu mal was dazu sage ohne dass ihr was fürs auge habt natürlich außer mich in der facecam deswegen glaube ich passt das eher zum zum format zum zu dem kanal anderen worlds wenn ich das mir alles alleine die arbeit mache und für euch dann einfach eine zusammenfassende episode raus bringe das ist qualitativ alles ein bisschen hochwertiger das ist dann auch spannender als sich jetzt hier 16 folgen zu geben den podcast könnt ihr euch jederzeit alleine anhören da braucht ihr mich nicht für am ende gibt es dann halt einfach nur meine zusammenfassung dazu grundsätzlich muss ich erst mal sagen dieses thema polarisiert extrem ich sehe wirklich diese die auch diese erste folge glaube ich fast schon über 200 kommentare oder so also fast teilweise zehn mal so viel als ein anderes video was in dem zeitraum raus kam weil die leute extrem diskutieren aber natürlich auch streiten und sich gegenseitig beleidigen in den kommentaren es ist ein super politisch polarisierendes thema es gibt einfach nur das lager die es gibt auf der einen seite das lager was absolut gegen den syring ist und auf seine schuld schwört aber witzigerweise dass zumindest das was ich bisher beobachtet habe einzig und allein sich von diesem podcast beeinflussen lassen hat und jetzt absolut davon überzeugt ist dass er schuldig ist was ich ein bisschen leicht gestrickt empfinde und auf der anderen seite haben wir die leute die für seine unschuld sind und den podcast extrem kritisieren aber es gibt so nichts so dazwischen so leute die so sagen weiß nicht könnte sondern wir haben hier wirklich einfach nur wie leider sehr sehr oft im leben nur schwarz und weiß und kein grau dazwischen keine grau zone es wird halt immer alles extremer in der heutigen zeit ist es ja nicht nur bei dem thema so sondern bei fast jedem thema was was in den medien oder was politisch relevant ist es ist nur noch extrem pro oder kontra wir haben nur noch extrem rechts oder links und einfach so diese diese masse die sich erst mal informieren möchte die erst mal wartet bevor sie sich ein urteil bildet ein bisschen recherche betreibt erst mal beobachtet das gibt es fast gar nicht mehr oder diese masse geht zumindest komplett unter in der heutigen zeit auch allein schon durch den gesellschaftlichen druck weil heutzutage wenn irgendwas in den medien geschaltet wird keine ahnung sei es noch so primitiv und unwichtig wie will smith haut irgendeinem typen bei einer irgendeiner verleihung eine rein wenn das in den medien geschaltet wird und man weiß ich nicht gerade bei der verwandtschaft ist oder irgendwo und dieses thema dann am esstisch besprochen wird muss du bist ja schon gezwungen sofort eine meinung dazu zu haben sofort stellung zu beziehen denn wenn du nicht sofort pro oder kontra bist bist du plötzlich in den augen der masse so der 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 typ der sich nicht informiert hat darüber oder der der nichts über das weltgeschehen weiß so keine ahnung wie will smith haut einen rein der eine sagt ja war voll verdient und der andere sagt die gewalt geht gar nicht und man hat sofort so zwei extreme lager die entweder pro und kontra sind und wenn man selber erst mal sagt moment ich will mir das erst mal angucken ich will erst mal beide seiten hören ich will erst mal mir die hintergröde angucken warum war das denn so empfindlich für ihn und dies und das wenn du nicht am selben tag wo das gesendet wird sofort stellung beziehst und eine meinung hast dann wirkst du in den augen der der dummen masse als jemand der sich nicht informiert und der also der keine meinung hat dann bist du bist du bist du direkt als schwach direkt als schwäche ausgelegt und das ist das große problem heutzutage es wird am tisch irgendein thema angesprochen man müsste sich eigentlich erst mal ein paar wochen lang darüber informieren recherche betreiben tiefgang holen und so weiter aber nein dazu hat man heutzutage gar nicht mehr die möglichkeit bei den meisten leuten am tisch sondern man muss sich am selben tag noch eine absolute meinung dazu bilden es war ja das gleiche im februar als das letzte extrem polarisierende thema anfing dann gab es tausende von fake meldungen selbst im öffentlich rechtlichen fernsehen dann wurden bilder gezeigt und videos und und angebliche aufnahmen vor ort die denn aber sich alle als fake herausgestellt haben und das war denn auch das waren teilweise aufnahmen die drei vier jahre alt waren aber an in dem moment wo es gesendet wird im fernsehen fünf minuten später am esstisch wenn man bei der verwandtschaft ist wird sind am esstisch sofort nachgequatscht was man gerade sich aus den medien aufgeschnappt hat dann wird sofort die persönliche meinung mit eingebracht wie scheiß hier scheiß da typisch hier typisch da hast du gehört der hat das und das und da ist jetzt wieder das und das passiert und ah man müsste sofort so und so reagieren und wenn du jetzt nicht sofort sagst nee 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 so ist das nicht oder ja hast du voll recht sondern sagst ja müsste ich mich erst mal darüber informieren muss ich erst mal recherche betreiben da wirst du sofort links liegen gelassen da bist du da wirkst du da wirkst du in den augen der dummen masse sofort als trottel so der nicht sofort eine meinung hat und das ist das riesenproblem und das ist halt auch etwas was ich jetzt um mal wieder zurück zum thema zu kommen auch sehr sehr stark hier bei diesem thema jenze syring in den kommentaren überflogen habe es gab definitiv auch konstruktive kommentare die auch über einzelheiten und über fakten gesprochen hat die sehr interessant waren und auch teilweise dinge widerlegt haben oder hintergrund infos auch über den podcast und über die betreiber vom podcast berichtet haben aber dann haben wir ein ganz ganz großes lager von menschen in den kommentaren gehabt und das kann dass das ist da denke ich mir wie unterbelichtet manche leute sein können das projekt von diesem podcast ist dass ich unvoreingenommen mit diesem podcast anhöre eine objektive liste betreibe mit pro und contra was in dem podcast erwähnt wird und nebenbei immer aber mit dem hinweis dass das meine eigene meinung ist erwähne was mich an dem podcast stört oder auch überzeugt wie beispielsweise dass unwichtige negative fakten über jemanden berichtet wird einfach nur um eine antipathie beim zuhörer zu entwickeln gegenüber dieser person gegen die man schießt und das ist manipulativ und das wird von mir in dem moment dann erwähnt aber wenn es rein um die fakten geht diese liste die ich geführt habe die ist absolut objektiv da kommt alles pro und contra rein was für und gegen ihn spricht ich gehe also ohne eigene meinung ran ich gehe ohne ich gehe nicht subjektiv ran es ist mir egal was am ende bei rauskommt ich will einfach nur die fakten auf den tisch gelegt haben und sie zusammenfassen und auflisten darum geht es mir und dann kommen leute in die kommentare die das anscheinend überhaupt nicht gerafft haben und sachen schreiben wie hast du dich über den fall überhaupt informiert und ich denke mir so bist du geistig der sinn von diesem video projekt ist dass wir uns gerade gemeinsam über diesen fall informieren und unvoreingenommen rangehen und es wird kritisiert dass ich mich nicht über den fall informiert habe das ist ein paradoxon was wie schwachsinnig daran merkst du wie schwachsinnig die leute teilweise in den kommentaren sind es ist und es waren nicht einer oder zwei das waren wirklich drei vier fünf sechs leute und genau deswegen machen wir diese videoreihe hier um unvoreingenommen weil ich noch nicht in diesem tunnel bin ich bin noch nicht befangen und deswegen ist das doch so spannend und das jetzt aber zu kritisieren ist das ist so das ist so schwachsinnig oh mein gott also wirklich man merkt ab der ersten folge die ich veröffentlicht habe wurde ich versucht in den lagern hin und her zu reißen ich wurde von vielen 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 leuten kontaktiert die mir plötzlich irgendwie tausende sachen erzählt haben warum er jetzt schuldig ist warum er jetzt nicht schuldig ist leute das interessiert mich doch zu diesem zeitpunkt noch gar nicht wir gehen chronologisch vor hören uns den podcast an gucken uns die dokus an und dann betreiben wir eigenrecherche nach quellen was es noch so gibt was für und gegen ihn spricht und dann gibt es ein fazit und nicht wir sind mitten im podcast und die leute fangen schon an so so von der seite rein zu grätschen und und das das ist super super anstrengend das gute ist dass ich die meisten kommentare die so sind sowieso nicht lese oder den ersten satz lese und merke okay es geht in eine komplett beknackte richtung und ignorieren in den rest einfach anders geht es auch gar nicht wenn ich mir diesen bullshit der jeden tag auf youtube geschrieben wird komplett geben würde dann wäre ich ja schon komplett mal im kopf ich habe übrigens auch versucht die betreiber die macher von diesem podcast zu kontaktieren weil ich natürlich auch eine genehmigung erstmal haben wollte um auf den podcast überhaupt reagieren zu dürfen die haben mir bis heute nicht geantwortet deswegen ist das für mich sowieso so ein bisschen kritisch da jetzt den podcast auf meinem kanal mit einer reaction zu wieder zu veröffentlichen so aus copyright gründen und so das war halt auch noch mit eingespielt ich habe sehr sehr viel schlechtes über den podcast zugespielt bekommen von leuten also auch generell über die betreiber und teilweise auch über die synchron sprecher ich habe wie gesagt das sind alles unbelegte fakten erstmal nur die mir zugespielt worden ich weiß nicht ob es stimmt oder nicht stimmt das wird das werden wir uns alles später noch informieren darüber mich hat inzwischen auch ich glaube sogar ein tag nach folge 1 direkt jens söhring persönlich angeschrieben der sich auch direkt bereitgestellt hat für ein interview habe ich ihm auch gesagt ich will mir erstmal den podcast anhören und so weiter und dann komme ich noch mal auf ihn zurück mich hat irgendjemand angeschrieben der angeblich irgendeine netflix produktion mit gestaltet wo es auch eine folge bei jens söhring rauskommen soll der wollte sich mit mir auch connecten ich habe e-mails bekommen von pro und kontra das ist wirklich das hat so hohe wellen geschlagen nach der ersten folge als ich eigentlich dachte boah das muss ja komplett durch die decke gehen und dann ja aber folge zwei und drei habe ich dann gemerkt okay die klicks sind sehr sehr schlecht naja und deswegen stellen wir das projekt jetzt halt um soviel dazu leute das bedeutet die nächste folge die zu diesem podcast kommen wird ist direkt die zusammenfassung vom podcast plus eine auswertung eine analyse ich danke euch natürlich für das zusehen ich danke euch für euren support ich sehe es hier gerade falls ihr mal überlegt kanal mitglied werden zu wollen auf meinem kanal ich habe jetzt die neuen mitgliedskarten produzieren lassen bisher haben wir die über selber produziert aber das war mir qualitativ nicht hochwertig genug deswegen gibt es jetzt die anderen world gold member cards für infinity mitglieder also leute die auf anderen world auf dem hauptkanal auf anderen world 1 quasi in infinity mitgliedschaft abschließen kriegen jetzt hier diese kriegen dann von mir eine gold member card hinten kommt eure nummer rauf und euer name also eine richtige mitgliedskarte die habe ich jetzt professionell produzieren lassen das ist also richtig im kreditkarten format und fühlt sich auch an wie eine kreditkarte die riechen auch noch so frisch produziert auch noch ein geiler geruch also leute wenn ihr interesse daran habt an einer member card dann schließt gerne mitgliedschaft auf dem hauptkanal ab oder ihr könnt natürlich auch eine gleichwertige oder eine höhere mitgliedschaft hier auf anderen world 2 abschließen da gibt es ja auch ganz ganz viele mitgliedsstufen dann kriegt ihr diese karte natürlich auch so aber ja so viel dazu leute das soll jetzt hier nicht natürlich das hauptthema sein vom video ich gehe jetzt auf jeden fall schlafen ich danke euch fürs zusehen wir sehen uns dann die tage wieder zu einem neuen video bis dahin